Einige der Kameras sind sehr empfindlich. Du musst sie nur zerschießen, um vorbeizukommen. Da zum Beispiel. Zerschießen Sie die Kamera. Blablabla. Und weiter. Manchmal musst du dich im Dunkel der Schatten halten und deine Bewegungen exakt abstimmen, um an den Kameras vorbeizukommen. Passen Sie Ihre Bewegungen zeitlich ab und bleiben Sie in den Schatten, damit die Kameras nicht entdeckt. Ein Dringling auf dem Sicherheitsmonitor. Achso. Ich habe dich auf dem Monitor gesehen, Sam. Versuch es nochmal. Du hast mich auch so gesehen, du Idiot. Ja, ich brauche auch mal wieder meine Eingewöhnungsphase. Kuckuck. Schalte die Wache im Korridor aus und verstecke sie, bevor eine der anderen Wachen sie entdeckt. Ganz leise. Ganz leise sein. Okay, Fischer, wir schicken die andere Wache, um deine Arbeit zu beurteilen. Okay, klar. Kannst du mich aber auch Sirius nennen. Wechseln Kanäle. Oh, nix. Gut, Sam, es ist wichtig, dass wir unentdeckt bleiben. Wenn es uns gelingt, Beweise für deine Aktivitäten verschwinden zu lassen, ist dies von größtem Nutzen für uns alle. Klar. Geht's wohl weiter, wa? Ach, der hier, der Raum. Im nächsten Gang versuchen wir dasselbe mit Geräuschen. Wir haben einige Mikros versteckt. Wenn sie sich leise bewegen wollen, laufen sie am besten auf weichen, soliden Belegen, wie Teppich oder Boden und meiden hohle oder lockere Belege wie Holz oder Kiesel und denken sie aushaltend daran, wie langsam sie sich bewegen, so leiser sind sie. Drücken sie zäh, um sich zu ducken, in geduckter Haltung, blablabla. Das fand ich damals schon irgendwie ziemlich cool, dass man sogar auf dem Boden achten muss. Ich kannte das früher noch gar nicht. Das war jetzt aber zu hören. Dumm, dumm. Dumm, dumm. Gefühle, wenn es nicht ist. Ach Gott. Ja, schau mal, was ist denn das? Einfach ganz lange ein W drücken. Dann schwebt er da drüber. Und geschafft. Hast du schon angefangen? Fischer! Alter Schwede, du bist am Ende. Großartig, wir machen weiter. Ja, klar. Und ich habe noch gar nicht gefragt oder euch eine Frage gestellt von welchen bekannten nee von welcher bekannte Schauspieler teilt sich die Synchronstimme mit Sam Fischer beziehungsweise hier vom ersten Teil. Der hat ja auch noch andere Synchronensprecher gehabt. Und ja, wenn ihr es wisst, schaut mal in die Kommentare, wenn ihr den Schauspieler wisst. Ist er ein Bekannter. Ja. Wir haben es geschafft. Das muss er sein. Ja. Sam Fischer, darf ich dir Vernon Weix Jr. vorstellen? Hallo. Hey, ich habe Geschichten über dich gehört. Hoffe, du bist nicht sauer. Hab ihm von deinen Kuwait-Missionen erzählt. Sind doch eine Familie. Genau. Vernon arbeitet schon lange für die NSA. Er wird Fahrzeuge, Flugzeuge und Waffen für dich organisieren. Er ist für deine Versorgung verantwortlich. Großartig. Ja, Mann. Kannst es bestimmt nicht erwarten, wieder in den Einsatz zu gehen, was? Ist halt meine Spezialität. Genau, was wir brauchen. Willkommen bei der NSA. Ich bin mir sicher, dass wir fabelhaft zusammenpassen werden. Third Eccolon ist ein neues Projekt. Wir müssen vielen Leuten etwas beweisen. Okay. Ihr beiden seid unser erstes Team im Bodeneinsatz. Gebt alles. Wir wollen stolz auf euch sein. Willkommen bei der NSA. Vision erfüllt. Herzlichen Glückwunsch, Fischer. Sie haben gezeigt, dass Sie genau der richtige Mann für die geheimen Third Eccolon-Operationen der NSA sind. Ab jetzt ist es an Ihnen allen zu beweisen, jetzt ist es an Ihnen allen zu beweisen, nützlich diese Art der verdeckten Informationsbeschaffung für spätere Einsätze und etwaige Militärschläge ist. Wir zählen auf Sie. Willkommen bei der NSA. 7.29 Uhr. Wir haben anderthalb Stunden gebraucht, um den Parcours zu schaffen. Feuer drücken, um weiterzumachen. Das wird etwas wixen. Nur zu. Halt mal. Mann, ist das gruselig. Was denn? Die gute Grimm steckt ihr Kabel in den Kopf, Mann. Ich muss nur seine subtermale Verschlüsselungsstruktur mit der von Fort Meade angleichen. Nicht anmachen. Ich weiß. Ist für Nacht der Landung. Beeil dich, lieber Grimm. Noch 15 bis zur Landung in Georgien. Bin schon fertig. Lambert? Hey, Irving. Hörst du mich? Sag ihr, ich hör sie. Er hört dich. Gut. Bist du bereit für den Job? Würd mich besser fühlen, wenn ich wüsste, was los ist. Du weißt wirklich genug. Die CIA hat einen Maulwurf namens Alice Madison im Kabinett des georgischen Präsidenten Combi Nicolace verloren. Der Agent William Blaustein, der nachher suchen sollte, wird auch vermisst. Arbeiten wir mit den Jungs von der CIA zusammen? Blaustein verfügt über die gleichen Implantate wie du. Das sollte dir genügen, ihn zu finden. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Du weißt alles, was du wissen musst. Du bist da draußen nicht allein, Fischer. Über mich bist du mit einem Dutzend der besten NSA-Leute verbunden. Die politischen Verhältnisse in Georgien sind zu verworren, um sie kurz zu beschreiben. Das war eine schöne kleine Ansprache, Lambert. Tja, du hast gefragt. Das ist die Jungfernreise des Third Eccalon. Die muss wirklich wie geschmiert ablaufen. Du landest gleich in Georgien. Bereit machen. Finden Sie die Agenten Blaustein und Madison. Die Agentin Allison Madison arbeitete zwei Jahre lang verdeckt im politischen Umfeld und nach dem Umsturz sogar im Kabinett von Präsident Nicolazza. Sie verschwand am 3. Oktober. Am 7. Oktober entsetzte man den Spezialagenten Ruhrbad Blaustein um nach ihr zu suchen. Dieser verschwand am 11. Oktober. Wir haben jetzt den 16. Oktober. Fünf Tage ist es also her. Wir sind in Georgien, in Tiflis und ja. Fischer, die Sonne ist untergegangen. Zeit, um an die Arbeit zu gehen. Die Suche nach Agent Blaustein hat höchste Priorität. Eine NSA-Kontaktperson wird dir helfen. Schon unterwegs. Halte dich von den Straßen fern. In der Stadt wimmelt es von Ordnungshütern und wir haben keinerlei Rückendeckung aus Washington. Details auf deinem Offset. Mein zweiter Name ist Schatten. Vermeiden Sie zivile Verluste beim Erreichen der Straße. Wird die Mission beendet? Treffen Sie sich mit den NSA-Informanten Thomas Gunnitzer Um Informationen über Blausteins Einsatzgebiet zu erhalten. Notizen Keine Daten William Robert Blaustein William Robert Blaustein Elliot McCarty Madison Alice McCarty von Tiflis Könnt ihr euch hier mal lesen? Durchlesen? Beförderung Beförderung Erhält sich ja was drüber. Warten Dann haben wir nochmal Robert Blaustein Geboren Ankunft in Tiflis Erster Kontakt mit Gorenice Meld Schikane durch örtliche Polizei wird fast verhaftet. Am gleichen Tag nach Meldung über mögliche Sicherheitslücken an der Operationsbasis von Blaustein Einen Tag später täglicher Berichtanlage wurde nicht abgesetzt Täglicher Berichtanlage wurde nicht abgesetzt Ein echter Cowboy und Vertreter der alten Garde in Langray Motor Grinstort hier Einmal hier nochmal Karte, warum man nicht Und es geht los in Tiflis Geheimauftrag Irgendwas Dürfen nicht nicht entdeckt werden Dürfen die Straßen nicht Ja, betreten Ja, Showtime Ich fand Früher Und es ist auch immer so bei Nesplitz selber in den heutigen Es gibt Missionen wo man gar nicht entdeckt werden darf Da darf man wirklich nichts anbrennen lassen Weil sonst die Mission einfach fehlgeschlagen ist Wo man einfach wirklich Schatten sein muss Da Wir müssen also jetzt zwei Agenten finden Und hier in Georgien scheint es auch nicht mehr Friede, Feuer, Eier, Kuchen zu sein Oh Da hat es gebrannt Sag mir nicht, dass Guggenice da drin ist Warum sollte ich dir sagen, was du schon weißt Du musst dich beeilen Grinstort hier vergleicht die Sonaraufzeichnungen einer Drohne mit dem Blaupausen des Warenhauses Sie wird dich übernehmen Ach Gott Auf Sam, hier Grinstort hier Wenn ich sage springen fragt nicht erst wie hoch sondern mach es Dann ist alles kein Problem Geht nach links und durch den Raum Los Warum müssen sich die Treffen immer in solchen Locations befinden Muss hier wohl lang Mann, das war knapp Geh oben nach links und durch den Raum Auf der anderen Seite findest du eine Treppe Geh über die Treppe in die obere Etage Ich glaube, die kann mir nicht so weit folgen Ich bin schon ein bisschen weiter, glaube ich So, oder? Nee Etage hoch Geh ruhig Der Kontakt ist in diesem Raum Hoffen wir, dass er noch am Leben ist Burgenice? Ja NSA Wir holen dich hier raus Nein Ich bin so gut wie tot Sie suchen nach Blaustein und Madison Ja Madison hatte es in Nicolazes Kabinettwahls gebracht Sie waren etwas groß Blaustein muss davon gewusst haben Wie kann ich ihn finden? Blausteins Blackbox Der Sendeknoten seiner Implantate Sie ist in seinem Haus Westlich des Moribi-Platzes versteckt Lambert Können wir ihn hier rausholen? Nein Lassen Sie nur Was immer Madison gefunden hat ist was Großes Sie sagte Beweis würde Krieg bedeuten Ich glaube, Nicolaz Oh Burgenice ist abgereist Lass ihn bei den Flammen Das erspart uns später unnötig Fragen An der westlichen Seite des Raumes ist ein sicherer Ausgang Nimm ihn Präsident Nicolaz Auch so ein Präsident hat Es ist zu viel Rauch da Schieß die Oberlichter auf Die scheinen der Welt nicht zu gefeilen 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 Jungs Die scheinen der Welt nicht zu gefeilen